Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in die Estee Lauder Blockbuster Bag. Ich glaube 2023 war das, ne? Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich glaube, regulär kostet die 165 oder 150 Euro. Ich habe sie jetzt bei Kastner & Oehler für 135 Euro bestellt. Das ist eine ganz schöne Stange Geld und ich versuche euch ja auch immer so ein bisschen auszurechnen, was das Ding wert ist. Erfahrungsgemäß sind hier wirklich sehr sehr teure Produkte drin enthalten und ich bin wirklich gespannt, ob Estee Lauder das auch dieses Jahr oder dieses Mal so fortgeführt hat. Wir haben erstmal schon mal eine richtig schöne Umverpackung, also das gefällt mir wirklich gut. Das ist viel viel schöner als letztes Jahr, muss ich gestehen, also als es davor das Jahr. Ja, denn wir haben hier so eine richtige Stofftasche, wo du hier vorne noch so ein einzelnes Ding hast und dann hast du hier drin auch noch was, dann kannst du es hier so tragen. Also es ist wirklich so ein Beauty Case, was man auch so verwenden kann. Das ist jetzt, glaube ich, werttechnisch auch nicht mit einberechnet. Das muss ich mal gucken, ob das irgendwie mit einberechnet wurde. Und wie gesagt, wir haben hier zwei verschiedene Möglichkeiten, die zu öffnen. Und ja, wir haben hier Pflege und dekorative Kosmetik drin. Da haben wir einmal das hier und das sieht aus wie ein mega krasses PR-Paket. Das ist wirklich der Wahnsinn. Aber wir haben gleich auch noch eine andere Tasche, wo wir auch noch reinschauen werden. Klar, die Klassiker sind hier natürlich mit dabei. Da habe ich einmal das Estee Lauder Advanced Night Repair Synchronized Multi Recovery Complex Produkt. Das ist ein Serum mit 30 Millilitern und ja, das ist so ein bisschen, würde ich sagen, wie Multivitaminsaft. Nee, wie Sanustolen, nur halt nicht in so super süß vom Duft her. Und von der Wirkung im Gesicht ist es bei meiner Haut tatsächlich so, dass ich das nicht so gut vertrage. Ich glaube, da ist zu viel Vitamin C drin, bin ich mir aber nicht ganz so sicher. Morgens und abends kannst du es auftragen. Ist aber an und für sich ein sehr, sehr beliebtes Produkt und für viele auch wahrscheinlich eine, ja, so eine, ja, Kaufanreiz halt hierfür. Du hast hier auch eine komplette Skincare Routine mit dabei. Da hätte ich eigentlich schon anders anfangen müssen. Denn du hast hier erst mal ein Double Cleansing am Start. Das heißt, du fängst hier erst mal mit so einem, ja, Make-Up Entferner an. Gentle Eye Make-Up Remover. Da sind 100 Milliliter drin enthalten. Das ist auch so ein ölhaltiges Produkt. Das kannst du dann verwenden, um, ja, dein Augen-Make-Up runterzunehmen. Aber natürlich auch, wie beim Double Cleansing auch, das ist ja ein ölhaltiges Produkt. Das machst du dir dann erst mal über die Augen. Aber ich würde es auch über das komplette Gesicht geben. Dann hast du zwar so einen Ölfilm auf dem Gesicht, aber den kannst du dann auch noch mal runternehmen. Mit dem hier, und das kenne ich noch gar nicht. Das Advanced Night Cleansing Gel mit 15 Aminosäuren. Das finde ich sehr, sehr spannend. 75 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Denn das kannst du dir dann wirklich auf das Gesicht geben und mit Wasser abwaschen. Also auf Emulgieren dann mit Wasser abwaschen. Und ich denke, damit hast du auf jeden Fall schon mal so ein schönes Double Cleansing erledigt. Einen Toner haben wir hier nicht drin. Aber gut, dann haben wir ja das Serum. Dann haben wir hier als nächstes für die Skincare-Routine eine Augenpflege drin. Und die ist wirklich groß. Ich glaube, die hatte ich mal in klein und die mochte ich die? Ich glaube wohl. Die Advanced Night Repair Eye Supercharged Gel Creme. Und das ist ein Brocken, Leute. Wir haben hier drin 15 Milliliter. Aber das ist wirklich so ein Glastiegel. Das sieht sehr, sehr schön aus. Und ich meine mich zu erinnern, dass es eine sehr, sehr reichhaltige Creme war. Man muss nur manchmal ein bisschen aufpassen. Wenn man sehr sensible Augen hat, kann es sein, dass es reizend wirken könnte. Jetzt nicht im ersten Moment, wenn du es siehst. Sondern dass du da vielleicht so ein bisschen Rötung oder was auch immer durchbekommst. Das würde ich immer sowieso bei Skincare immer ein bisschen antesten. Denn gerade auch so Estee Lauder, Lancôme und so weiter. Das sind halt sehr teure Produkte, wo wir auch wirklich Wirkstoffe drin erwarten dürfen. Aber die sind manchmal auch sehr, sehr stark parfümiert. Also da muss man manchmal ein bisschen aufpassen. Aber ich meine, dass ich die mochte. Ich meine, das war auch wirklich samtig und richtig geil. Muss ich nochmal ausprobieren. Das ist halt echt ein riesiger Tegel. Richtig, richtig geil. Ja, und um die Hautpflegeroutine halt abzuschließen, haben die hier natürlich auch noch die Creme mit reingepackt. Und zwar die Revitalizing Supreme Plus Youth Power Cream. Auch hier sind 15ml drin. Genauso viel wie in der Augencreme. Finde ich ein bisschen witzig. Das hier ist jetzt kein Glas, sondern Plastik. Also das finde ich wirklich auch ehrlich gesagt richtig gut gemacht, dass du hier schon mal in dieser Blockbuster-Geschichte eine komplette Skincare hast. Und das jetzt nicht in so Minigrößen, sondern halt wirklich in respektablen Größen, sodass man da auch wirklich über einen längeren Zeitraum schauen kann, ob einem das auch so zustimmt. Und ich mache dieses Video auch super gerne und verlinke euch ja auch das Produkt in der Infobox. Weil vielleicht schaut ja die ein oder andere zu, die mega auf Estee Lauder abfährt und sich selber was zum Valentinstag schenken möchte. Oder das vielleicht an den Partner, die Partnerin weitergibt, sodass man das als Geschenk halt irgendwie als Idee nehmen könnte. Hier finde ich auf jeden Fall ist man schon mal ganz gut unterwegs, weil du hier eine komplette Skincare hast. Sofern man jetzt nicht eine super krass sensible Haut hat. Das sollte man vielleicht bedenken. Als nächstes habe ich jetzt hier vier Lippenprodukte. Finde ich persönlich ein bisschen viel, muss ich gestehen. Also ich hätte mir vielleicht eher gewünscht, dass sie dann nur ein Lippie, ein Lippengloss und ein Lipgloss hier reingepackt hätten. Und dafür dann noch irgendwie ein Base-Produkt oder so. Haben sie jetzt nicht. Gut. Dann habe ich hier nämlich einen Lippenstift und zwar ist das der Limited Edition Lipstick. Und zwar Saturn Rain. 3,5 Gramm ist aber eine Originalgröße. Genau. Hier haben wir halt auch wirklich diese Sterne drauf, was ich wundervoll finde. Also es ist halt eher weihnachtlich angehaucht, weil diese Blockbuster-Geschichte eher als Weihnachtsgeschenk-Idee so von Estee Lauder gesehen ist. Das ist natürlich auch mega hübsch. Ich meine, steht die Estee Lauder-Kundin auf Einhörner? Ich weiß es nicht. Hier ist eins drauf. Ich finde es toll. Die Farbe ist krass. Also ich habe eine Freundin, die Marie, die wird es hart feiern. Wunderschön dieser Bullet aussieht. Und dass das natürlich richtig heftig ist. Ja, auch die Drogerie kann das mittlerweile sehr gut. Das haben wir jetzt auch in diversen Limited Editions gesehen. Riecht halt auch intensiv. Und ja, wie gesagt, du hast hier einen Einhorn drauf. Braucht man das? Keine Ahnung. Ich finde es super süß. Halt auch zum Verschenken, weil die Farbe halt volle Elle Barbie ist. Ja gut, was habe ich für einen Lidschatten drauf? Aber das ist mir zu krass. Das trage ich so halt auch einfach nicht. So einen Lidschatten-Look auf jeden Fall. Und dann habe ich ja aus der gleichen LE auch noch den Edition Limité Starlet Red. Das ist so ein richtiges Rot, hoffe ich mal. Genau, und da haben wir dann gleich das gleiche Pressing auch drauf. Halt ja auch wieder unser Einhorn am Start, ne? Und auch ein paar Sterne. Und das ist halt so ein richtiges krasses, bläuliches Rot. Was ich halt super gerne auch so zu Adventskalender-Unboxings trage. Oder halt generell in der Winter- und Weihnachtszeit, die bei mir im Prinzip schon im August startet. Solltest du sowas übrigens nicht verpassen wollen, was ich hier so das ganze Jahr übertreibe. Leute, abonniert super gerne den Kanal. Es gibt sehr viele Menschen, die hier gerade zuschauen und das noch nicht getan haben. Also ich würde mich hammermäßig freuen. Klick gerne auf Abonnieren. Das würde mich echt glücklich machen. Da bedanke ich mich schon mal im Voraus und freue mich, dass du Teil der Crew geworden bist. Yay! Nun, auf jeden Fall ist das ein wirklich schönes Rot. Passt halt auch einfach komplett zum Packaging der Box, ne? Das ist schon ganz geil. Passend dazu haben wir auch noch einen Lip Liner. Und das finde ich sehr, sehr schön. Also das ist ein original großer Lip Liner, würde ich mal so sagen. 018 Red. Und ich verwende halt immer solche, ja, krassen roten Lippenprodukte mit so einem Lip Liner. Weil ganz ehrlich, es ist einfach so, ich trinke viel aus Strohhalm. Das kriegt ihr auch immer wieder mit. Und wenn man das macht, dann macht man so. Und was entsteht dadurch? Plissé-Fältchen. Die entstehen auch durch andere Dinge. Aber die habe ich halt einfach. Und dadurch rutschen, also Plissé-Fältchen nennt man das, ist echt freundlich formuliert. Wenn man so macht, so ein Müh. Und da halt dann diese Fältchen hat. Naja, auf jeden Fall, da rutscht dann gerne alles mögliche an Lippenprodukt bei mir rein. Und verteilt sich dann irgendwie gefühlt im Laufe des Tages im ganzen Gesicht. Das ist uncool. Deswegen sind Lip Liner da einfach eine wundervolle Barriere, um dem Ganzen einen Riegel vorzuschieben. Die Farbe passt super zu dem Rot, was wir hier ja auch drin hatten. Das ist halt so ein Plastikstift zum Anspitzen. Ja, kann man machen. Ist auf jeden Fall eine etwas hygienischere Variante, als die herausdrehbar. Das hat alles so seine Vor- und Nachteile. Ich bin gespannt, wie der so ist. Also wird auf jeden Fall mal dann in Test genommen. Denn der, den ich letztes Jahr sehr viel verwendet habe, der ist halt echt uppe. Den werde ich auch wahrscheinlich entsorgen müssen, weil der auch gar nicht mehr so gut riecht. Und einfach schon vier Jahre, fünf Jahre, sechs Jahre offen ist. Nun, zwei weitere Lippenprodukte sind hier noch mit am Start. Ja, wir haben hier schon recht viel Inlay. Das muss man sagen. Also du hast hier das Inlay, was von hinten hohl ist. Egal, aber dann hat man halt auch diese wunderschöne Tasche mit dabei. Und ich glaube, wir würden uns beschweren, wenn sie zu klein wäre, oder? Weil so ist es halt echt eine gute Verreisetasche für Make-up und Pflege, würde ich sagen. Also für mich auf jeden Fall. Auch wenn ich die von Crash Cosmetics habe und sehr gerne mag. Genau. Das ist Pappe. Das ist Pappe. Das ist schlau. Das finde ich cool. Okay, also zwei Lippis habe ich hier. Das ist auch Originalgröße und auch in dieser wunderschönen Edition mit diesen Stern und Sternschnuppen drauf. Das ist schon hübsch designt. Auf jeden Fall mag ich sehr, sehr, sehr gerne. Ich bin ja so eine Frau für das Auge, mag ich sowas. Ruby Quartz Limited Edition Lip Gloss. Ein Lip Gloss. Den kann man dann gegebenenfalls auch über diesen Lippy drüber machen, um dem Ganzen halt nochmal so einen anderen Touch zu verleihen. Dann sieht das etwas glowiger aus. Kann ich mir echt gut vorstellen. Oh, das ist so ein Pinsel. Oh, der riecht süß. Passt jetzt nicht so unbedingt. Egal, ich habe jetzt auch ein Lip Gloss drauf, dann wird das wahrscheinlich nicht so gut sein. Das mache ich mir jetzt erstmal ab. Ich möchte ja schon ein bisschen was hier ausprobieren, Leute, ne? Ach, hä? Das ist gar nicht flexibel? Vielleicht ja nicht drücken, ne? Krass. Das ist ein ganz, ganz festes Pinselchen. Was ist denn mit dir nicht richtig? Eben erzählt sie was von Lip Liner und jetzt macht sie sich das Ding drauf ohne Lip Liner. Ist auch mutig, ne? Musst du echt so? Ne, guck mal. Da muss man mal ein bisschen gegendrücken, dann wird das auch mal flexibel hier. Ja, was soll das denn? Ich habe das jetzt aufgetragen, ohne dass ich nochmal wieder reingegangen bin. Und sehe ein bisschen so aus, als hätte ich mir ein bisschen Kirschkram gegessen. Mh, aber eine tolle Farbe. Ist aber schwer im Auftrag, muss ich ganz ehrlich zugeben. Weil der ist auch nicht so wirklich, wie soll ich das sagen, der ist nicht so richtig schier, aber auch nicht so richtig deckend. So ein richtiges Zwischending. Als hätte ich mir so ein Kirschlolly von damals genommen. Und wäre damit dann so, das hat man doch damals gemacht, wenn man halt noch gar keinen Lippenstift oder sowas hatte oder haben durfte, weil man einfach noch in der Grundschule war. Und dann hat man so ein Kirschlolly genommen, den angeleckt und dann hat man sich den so über die Lippen gegeben. Ich finde, so sieht der aus. Ne? Und so sieht es aber auch aus, wie ich ihn aufgetragen habe. Egal, das lassen wir jetzt einfach mal so. So, ich habe hier noch eine etwas dunklere Farbe, die Weinplammen. Den werde ich nicht behalten. Das ist mir persönlich einfach zu dunkel. Ist eine persönliche Präferenz. Ich weiß, dass viele auch so dunkle Lippen mega feiern. Ich bin halt sehr, sehr, sehr hell. Und wenn ich dann so eine dunkle Lippe trage, sehe ich wirklich gar nicht gesund aus. Das wollen wir auch nicht haben. Dementsprechend wird das dann auch mal irgendwann weitergegeben. Aber das ist ja nicht schlimm, ne? Also für mich persönlich jetzt nicht. Man hat hier einfach jetzt die Auswahl. So, und jetzt kommen wir zu dem Highlight-Produkt des Ganzen. Das ist nämlich jetzt die Lidschattenpalette, die halt extra für diese Edition designt wurde. Die kommt halt leider, muss ich wirklich sagen, leider, leider, in so einer Plastikverpackung. Das finde ich echt schade. Also, Estée Lauder, für den Preis, ganz ehrlich, möchte ich ein Verpackungsdesign haben, was mich jetzt nicht unbedingt an Colourpop erinnert. Also das ist wirklich von der Haptik her wie Colourpop und ist so ein bisschen so. Wenn das jetzt eine Nine-Pan-Palette wäre, dann wäre das safe so. Aber die ist so hübsch. Also jetzt nicht unbedingt von den Farben hier. Das ist super basic, weil es sind auch nur Matte, bis auf diesen einen grauen Ton, der auch irgendwie super fancy aussieht. Das ist eine absolute Alltagspalette, wo du vielleicht ein bisschen smoky mit werden kannst. Und Estée Lauder hat jetzt nicht so die ultimative Lidschattenqualität. Aber ausprobieren kann ich es auf jeden Fall mal. Und hier haben wir halt auch dieses Einhorn-Pressing wieder mit drin. Ich feiere das. Aber ich weiß nicht, ob das jemand feiert, die normalerweise sich eine Creme für 150, 200 Euro kauft. Weiß ich nicht. Gut, und dann haben wir noch als weiteres Highlight mit dabei die Sanchez Extreme Lash Multiplying Volume Mascara in der Originalgröße. Und die kann schon was. Also die ist echt eine schöne Mascara. Ich persönlich würde die halt für den vollen Preis niemals im Laden kaufen. Deswegen freue ich mich halt einfach hier die Möglichkeit zu haben, in diesem Bundle so viele coole Produkte drin zu haben. Denn ich denke, wir werden hier preisetechnisch auch, werttechnisch sehr, sehr hoch liegen. Was ich feiere. Also das ist auf jeden Fall eine feine Kiste im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist ein schönes Geschenk. Du hast ja auch noch die Tasche mit dabei. Du musst es eigentlich gar nicht groß einpacken. Es fühlt sich schön an. Es ist schon eine schöne Sache. Und du kannst diese Tasche auch super weiterverwenden. Also ich sehe mich da auf jeden Fall, dass wenn ich dann dieses Jahr vielleicht irgendwo hinfahre, dass ich die dann auch als meine Make-Up-Tasche mitnehme. Ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Dann hast du halt hier sowohl Pfleger als auch Make-Up-Produkte. Wie gesagt, ich persönlich vermisse ein bisschen diese Blush-Bronzer-Highlighter-Geschichte. Wobei man da halt auch wiederum sagen muss, dass es gar nicht so leicht ist. Du weißt ja auch nicht, welchen Teint die Person hat, die diese Tasche halt bekommt. Deswegen ist es gar nicht so verkehrt, darauf zu verzichten. Dennoch, so ein Primer wäre ganz cool gewesen. Oder ein Puder. Das ist schon meins. Aber ich finde es cool, dass wir hier nicht jetzt irgendwie einen schwarzen Kohl-Kajal drin haben, sondern zum Beispiel einfach einen Lip-Liner. Das ist für mich ein definitiver Fortschritt. Schreibt mir mal gerne eure Meinung zu dieser Bag in die Kommentare. Da können wir uns super gerne mal austauschen. Und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, dann wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.